Hallo, mein Name ist Matthias Schweighofer. Ja, das bin ich. Ich bin Fotograf. Bedeutet jetzt nicht besonders viel, aber ich als Fotograf, ich habe brutal viel Zeit und irgendwie bin ich eh nur im Internet. Oder macht Blödsinn, weil eigentlich so Fotos mach ich eigentlich selten. Ich bild mich gern weiter. Ja, logisch. Muss jeder mal so machen. Aber eigentlich ist mir nur stinkfad. Und deswegen ist mir irgendwas Gules eingefallen. Und zwar habe ich jetzt im Internet immer so diese Bilder gesehen, wo Mädels sich die Lippen machen lassen. Aber jetzt Moment mal, ich bin Junge. Okay, wie kriege ich das denn am besten hin? Ich würde mal sagen, wir brauchen eine große Flasche. Perfekt große Flasche. Eine Flasche mit einem weichen Rand. Nichts hart. Nee, ganz weiche Flasche. Genau. Okay. Angesetzt, aber vorher ganz wichtig, gerade bei Bart, Lippen befeuchten. Perfekt. Okay. Drei, zwei, eins. Und jetzt geht das los. Die eigentliche Technik ist eigentlich die, dass man niemals aufhören darf zu saugen. Man klemmt bestimmt irgendwelche Barthaare ein. Und man muss saugen. Und man muss sich natürlich auch unterhalten dabei. Logisch, 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 logisch. Und wieder saugen. Und immer noch saugen. Weiter saugen. Weiter bilden. Weiter saugen. Und jetzt. Alter. Genau das wollte ich. Genau so. Genau so wollte ich eigentlich aussehen. Meine Models sollten immer solche Lippen haben. Wie sensationell ist das? Ey, ich sehe richtig sexy aus. Model Blick. Mhm. Ja. Lippen. Ladbaka. Also. An alle, die das haben wollen, es ist easy. Einfach eine halbe Stunde vorher an der Flasche saugen. Lippen sind geschwollen. Und dann kann man auch eigentlich ganz gute Action machen. In diesem Sinne. Schweig hofer and out. Und viel Spaß beim Mach machen. Bis zum nächsten Mal.